Robin, hey! Jedes Tor! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Vorteil! Dein Schnürsenkel ist auf, Alexander! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! 2-0, oder? 2-0? Ja! Ach, das würde mich ärgern! Jawohl! Boah! Boah! 2-1! Max, was kriegt denn für die Familie dafür? Äh, 3 Minuten sind rum! 2-1! 2-0! 2-1! 3-1! 2-1! Das hat Jessica mit dem Schoenkel gekauft! Geil, ne? Für blau. Blue. Blue, Daboudi. Daboudai. Für blau. Abstand. Neun Meter. Marc, geh mal ein bisschen weiter weg da. Schnell, der kann nix. Wie lange noch? Drei Minuten. Drei, eins. Ich dachte, zwei, zwei. Drei, eins. Richard, schaffst du noch zwei? Drei, zwei. Abstauber. Abstauber. Ja, ja, auf einmal. Boah, ich will einen... Er braucht ihm seine Fresse. Einen Schuss, ich spür dir. Drei, zwei. Vier, zwei. Nein. Boah, dein Tor auf 4-2. Auf 4-2. YouTube kommt. Ihr führt doch vier. Nein. Ach, ihr verliert? Ja. Wir haben sie gewonnen. Nein, Alter, wie ist das denn so? Fünf, zwei. Zwei Minuten noch. 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 Puh. Ah, Mann. Wie das? Der war am Schulter. Der war hier. Der war hier. Scheiße, Mann! Ja, warte. Wieso, ne? Fünf, zwei für die. Der war schon. Jetzt waren zwei Minuten noch. Wie gesagt? Fünf, zwei für die. Blau? Blau. Ich hab's. Machst du einen Ersieger? Wir sind schon an dem. Ja, jetzt waren zwei Minuten. Die bin ich fertig. Wir kommen jetzt durch und in der Fall. Der Ersieger? Ja. 1 Minute noch! 1 Minute noch! 10 Sekunden noch! 1 Minute noch! 7 zu 3!